Aber jetzt ist es bitte auch noch nicht auf 30. Automatisch. 0 Uhr? Weiß ich jetzt nicht. Das ist ein Wahnsinn, was der Bauer Bertl da fragt alles. Ja, das muss ich selber nachschauen. Kann man nachschauen? Das ist ja ein Mod, da haben wir uns extra genommen. Ach so. Dass der Rechnungs-Mob nicht geht, ist schade. Ja, aber vielleicht funktioniert er dann, wenn wir mit der nächsten Karte, vielleicht haben sie ihn dann geupdatet oder so schon. Hm, stimmt. Das muss man nur merken. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann man das gar nicht sagen, aber ich kenn mich da überhaupt nicht aus. So, da, oder? Bin ich so wir gefahren? Na ja, das mit dem Umdrehen und so. Da liegt überall Gras. Ja, da hab ich ein bisschen Arsch umgedreht. Ist zu. Ich will ja nicht, dass du mich hasst, deswegen. Darum geb ich's lieber gleich zu. 200b ist, oder? Alter. Ja. Ich würde jetzt da und bei Baumstämme hängen da. Also bei Stumpfe. Kenn ich. Lieben wir. ... Ich schuck mal, das war. Jetzt hab ich die Kurve nicht, dass du zart bist. Du bist... du bist mich verfluchen. Bleibt halt mehr liegen. Am Morgen. Ja, eh. Ja, eh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch. Bisschen weiter oben konnte ich ihm noch abschneiden. Bisschen aber den Oldtimer Traktor, den würde ich mit Just for Fun schon kaufen, Einzelspieler. Oder mit eigenem Ruf. Fuck meinst du, nicht Traktor? Fuck, ja. So, ich fahre jetzt noch verwirrender, weil ich möchte nämlich in eine gerade Linie da mal reinfahren. Das lieben wir. Wirklich. Der beschwert sich dann wieder über mich. Okay. 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 Ich hab's eh schon fast fertig. Ich sag da, dass ich irgendwo falsch gefahren bin schon. Links von mir ist eine Spur, hinter mir ist eine Spur, aber ich fahr da jetzt mal weiter. Solang du alle Spuren trotzdem mitnimmst. Wenn das Licht angeht. So, da bist du so rauf gefahren, gar nichts hin und her. Da bin ich so rauf gefahren, dann zwei Spuren, ja. Ah, nur zwei Spuren, ok. Ja. Der Rest ist da wieder hin und her. Also wenn du da nachfährst, dann solltest du dich auskennen. Du, was Aliens können, kann ich schon lange mit Kongress zeichnen. Ja. 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 Den würde ich schon verwenden für die Hünderäer, Alter. Untertitelung. BR 2018 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 Boah, Alter, was mach ich da jetzt? Jetzt? Alter? Ich glaube, dass das hin und her gut ist. Und dann macht er so einen Pfusch. Jetzt weiß ich wo du hinfährst, aber ich kann mich übergehen. Ich glaube, ich muss das mal im Hellen fahren. Jetzt da nochmal rauf. Passt du jetzt nicht mehr da längs oder was? Dann wieder, ja. Wann ist dann wieder? Ja, das habe ich dann... Das habe ich da ein bisschen verpfuscht wieder. Und da will das mal noch länger bauen. Oder? Nein, f*** dich. So, du bist dann gar nicht mehr aufs andere Feld rüber gefahren. Ich habe quasi den Berg dazwischen jeweils auf der einen Seite immer gemacht. Aber da muss ich mir ein besseres System überlegen, glaube ich. Ja, einfach hin und her. War eh gut. Bei den engeren Stellen quasi. Was? Bei den engeren Stellen. Nochmal. Auch bei den engeren Stellen dann quasi. Ja, du bist ja da auch hin und her gefahren. Bei 54 hin und her. Ja, stimmt. Nein, Leute. Was ist mein Headset? Ich schätze. Ich schätze. Ich schätze. Ich schätze. Ich schätze. Ich schätze. Ja, ich schätze. Ich wird dich ab und ihr rauchten. Ich schätze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Upsi.